Ich bin Dr. Jason Bull. Ich bin Experte auf dem Gebiet der Prozessanalytik. Ich studiere die Verhaltensmuster der Geschworenen. Alles, was mein Team herausfindet, ermöglicht uns eine Spiegeljury zusammenzustellen, deren prognostische Effizienz fast schon beängstigt ist. Wir werden wissen, zu welchem Schluss die Jury kommt. Genau das ist unser Job.